Da würde mich dann doch schon mal ein bisschen interessieren. Platin 1 Shen, der ist nicht pre-made. Gold 1 Lee Sin, Gold 5 Lux, Platin 4 Vega, Platin 2 Luschen. Das ist einer bei dir nicht pre-made? Ja, der Shen. Soll, soll denn das? Luschen hat Mana-Rab in seinen Runen. Okay. Ja, ich denke mal, das ist, weil die Q-Time so lange war. Aber deswegen hat sich der Suchradius da irgendwie erweitert. Von 5er pre-made auf nicht mehr 5er pre-made. Shen hat 6% live-stil. Dein Suchradius nach Wörtern ist auch erweitert, oder? Wie spät er bei mir angekommen ist, wie ich das verstanden habe. Der Suchradius nach Wörtern ist auch erweitert. Ivan, womit fange ich an jetzt? Wo darfst du denn? Deinstallieren. Flask, Flask, Bart und ein Health-Botter. Okay. Wollen wir invaden? Ach ne, wir haben ja Krun dabei. Sorry, hab ich vergessen. Mit Krun kann man echt wirklich nie invaden, ey. Das ist so gt. Was macht der denn jedes Game? Der ist immer kacken, immer. Jedes Game. Gt Krun. Das ist auch gar nicht möglich. Ja sicher, der ist nach jedem, vor jedem Game ist der auf Klo. Ja, aber... Das braucht. Ich weiß nicht, wenn ich strulern gehe, dann brauch ich nicht 5 Minuten. Ivan. Ah, ich hätte auch Reddick-Shield starten können mal. Ah, sorry, hab ich vergessen. Ich dachte, wir würden nicht invaden. Könnten einfach mal walk, das ist mein Blue. Wenn wir invaden, ist ein bisschen nice. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ach, schade. Mann. Machst du eigentlich auch noch was anderes immer vor den Games, als die Toilette zu besuchen? Ja. Ich muss was essen geholt gerade. Achso, okay. Na gut, weil hier hat sich gerade die Kathy gefragt. Das stimmt doch überhaupt nicht. Das ist auch gar nicht möglich, immer auf Toilette zu gehen. Hast du gerade gesagt, ist doch gar nicht möglich. ich habe übrigens das lens item genommen ich habe der greater lens sweeping lens item genommen hat meiner meinung noch viel sinnvoller ist wenn einer immer hat auf jeder land damit was klären kannst ich habe mich schon gedacht ich komme noch nicht drauf klar dass wir ja jetzt die minions lassen wir machen mal weg den wort ist das ist einfach nur gg die haben beide kommen und die haben fünf mal word item total sinnlos können die wo und wards gar nicht klären aber ich finde ich dann dass das eigentlich ist dass man pushen dass wir zuerst level 2 sind irgendwie lux ja ich verkaufe mit ich nehme immer anfang das wort item verkauft es dann noch ja aber hat dann sechs minuten cool oder so ne park auf 3 minuten wow alter nie wird vom jungle nichts hin dass er jetzt nicht hierher kommt ja der hat barry am net ivan ivan ne ich ging nicht ja den kriegen wir jetzt so easy du hast alles raus ich habe flaschen hat gepusht ich komme gleich einfach mal bord schilder erleben hast du noch ok er ist ignited schade aber ich habe first part gekriegt ist okay boke fällt glaube ich ist ja der flavor kacke aber kann man von der seite rein würdest du jetzt zu mir flamen müssen aber ist egal doch doch hier ist er push darfst du da noch gut jetzt 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 du bist noch geblieben ist auch nervig ja ja nicht so schlimm ja das also ich dachte auch die hätte vorher schon vielleicht ignite gemacht aber die hat das wirklich nicht gehabt weil wir da vollerhaft ne die alle wie das denn ach die hat Pots mit gehabt na gut bei der sind das ja sowieso glaube ich diese komischen Pots ne die mana und habe ich ja auch die sind nicht schlecht ne überstark ich muss nichts finden in meinem jungle oh danke johann hier auch gulu ich meine du siehst natürlich immer die ad stat sehen dann natürlich immer komisch aus ne wenn du weniger last hits hast eigentlich als der support ich muss am anfang jetzt gerade gestorben bin einfach geiler kommt einfach mal wenn die season gerade gestartet hat und dein ad carry primär jetzt die ganze zeit aufkriegt dass du die last hit nimmst ich mach den großen ne ich mach den großen ne achso ja gut ich hab alle nichts gepusht ich kann nennen zu ganken mach mich einfach trotzdem brauchst du eigentlich auch nicht ganken ich glaube ich lasst sie mal ein bisschen kommen ein bisschen warten also wir können erst den gage wenn die Q weg hat Oh, Mitte, Mitte, oh, 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 oh. Ihr Q weg hat, versuch mal jemanden zu hocken. Ich hab Flasch raus. Also mein Flasch raus, Freunde. Geh mal Mitte halten. Kannst du Mitte da zu kommen? Ah, Alter, diese Minions. On my way. Ah, das war schade. Ja. Ihr hättest gesehen, ich kann trotzdem nicht ran, Alter, das ist das Nervige daran. Ja gut, aber das ist nicht so schlimm eigentlich. Ja, das wäre aber viel nicer gewesen. Ich komm einfach nicht ran. Er hat keine Mana mehr, der Knecht, ne? Ja, Lux. Ja, ich bin festgehalten. Okay. Problem, weiß ich glaub ich ein bisschen hilfreich. Hast du noch nen Charge? Dann mach den Dicken wieder. Das entstand einfach ganz normal. Ja, klar. Ich kann nix machen. Ich bin einfach weg am besten. Und selbst wenn ich als Gang komm und bist halt low. Ich kann mal nen Bart aufstellen wegen diesen. Ja, mal kommt das Ding mal. Die haben beide mit Röder geschild, deswegen auch. Die haben beide mit Röder geschild, deswegen auch. Die sind tot oder was? Oh, shit. Wenn wir im Level 6 sind, können wir eigentlich da oben abschockt, glaub ich. Niederbleiben. Handierte Mann? Nö. Moin Kauri. Moin Wontarak. Oh, wie einfach mal sein Crew keinen Coulomb hat. Warte ich schon mal den nächsten auf, ne? Nächste Wave kommt. Mhm. Wieder der Kononen-Minion. Die haben halt beide das Ding wieder, ne? Ich hätte mir das auch holen sollen. Ah, schnell Level 6 und dann. Das ist cheap. Ah, schade. Nach der Wave engage auf jeden Fall. Ich bin noch nicht 6 dann, ne? Ja. Ich bin noch nicht 6. Wenn das es ist. Warte mal. Ich habe gerade einen Lag. Okay. Kannst du den Großen wieder machen. Warte mal nicht zu pushen. Ja. Warte mal. Okay, raus. Niki machen. Okay, raus. Niki machen. Komm rein. So. Hey, wer hat in meine Ulti reingelaufen, wäre sie gestorben. Ah, Shen ist noch hier. Kriegst du den noch? Hm. Ich bin weg, ne? 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 Dann Cooldowns. Oder wenn der bei dir in der Nähe ist und der macht den Dings, da kannst du ja polymorphen, Also wenn der mich taunten will oder wenn der Ulti macht. Achso, der war aber nicht bei mir in der Nähe. Ich hab ihn auch als erstes angekündigt. Ja, ich dachte. Und Ivan, was hattest du gesagt? Womit soll ich anfangen, so itemmäßig? Du spielst gegen Shen. Aber du denkst ja, du kannst, wobei der magischen Schaden macht, ich würde bei dir die Maske geben, die Maske, die Haunting Guys, ne? Mhm. Und dann holst du dir Frozen Fist, holst du dir, das ist gut. Okay. Bulldowns und Mana brauch ich halt nur, ne? Bin gleich da, betet ihn ein bisschen. Nicht zu viel. Oh, nice Flash, alter. Oh, hast du noch Barriere? Nee, hab ich nicht mehr. Ich hätte auch keinen Mana, sonst hätte ich einfach Ulti gemacht. Ich hab einen Bloober. Ja, wir pushen noch die Wave, komm, ich bin da. Ja, wenn die Laser macht, bin ich tot. Vielleicht können wir uns den Bloober fullen. Hast du Ulti? Nee, du hast keine Ahnung. Ja, du hast keine Mana, die Space. Ja, wir können schon versuchen. Aber du hättest den Dicken machen müssen, Ivan, oder hast du noch? Mach ich schon noch, ich schaffe noch. Okay, let's go. Warte, warte, warte. Komm. Naja, ich geh back. Ja, okay, alles klar. Okay, gut job. Kannst du noch einen Q noch machen, die Wave, oder? Hier OP. Ja, okay, komm. So der Geiz. Ja, egal, Q OP, alter. Der hat einfach nicht mal zwei Sekunden cooldown und macht dann das Damage. Naja, aber Zett. Oder was meinst du? Ach, der Weiger. Ja, das ist auch wirklich so. Das deckt da ich den Fatten 4. Ja. Deswegen, ich find das auch echt nicht so, wie viele denken immer, dass Weiger nur gegen AP-Champs so stark ist. Ich mein, klar, die Ulti macht gegen AP-Champs mehr Damage, aber ich mein, ey, der macht so einen... Ja, der macht so einen Q. Ja, der macht so einen Q. Ja. Naja. Ja, aber Zett ist schon echt immer gegen Zweiger. Du kommst sofort an den Run, einfach sofort mit Ulti. Okay. Ja, aber der hat auch Farrier, ist auch noch ein Problem. Hier dann mal den, den Brush dann, ne? Farrier. Welchen? Hier, hier, den Martin gestellt. Ja, alles klar. So, also ich hab jetzt auch Ulti noch, ne? Also wenn wir da richtig reingehen wollen, können wir das machen. Okay, ja. Oh, Ulti. Oh, nee. Das ist Missingland, er wieder. Der war schon 154 AP. Okay. Mach den Dicken wieder. Lustig. Ja, ich muss aufladen. Mach erst mal die anderen. Du musst dann aufladen. Schaff ich nicht mehr. Nee, hab ich nicht. Achso, ich... Komm jetzt mal Bot. Mit, ist Missing. Ach so. Er hat gewartet da. Beide. Ich will ihn, was Dragon macht. Wenn ich schon nicht Bot kommen will. Bin da. Wollt ihr auch klein? Ja, ich komm. Geh mal den Martin. Ah, der ist gerade ausgelaufen. Oh, die sind jetzt mitten, aber... Einfach schnell machen. Mach den nicht. Geh in die Mitte. Nee, ist okay. Du kannst da einfach mit Fiddle easy machen, ne? Ja, egal. Okay, alles klar. Oh, die Smite-Effekt, Alter. Halt die Scheiße, Mann. Ich hab mir jetzt gerade eingeschützen, ey. Ich hab gedacht, was ist denn jetzt? Warte, Bait ist noch kurz. Ich bin gleich da mit Ult. Bait ist noch kurz. Ich muss doch nicht reingehen. Hey, los, go. Go, go, go. Und Stunt. Nein. Ah, shit. Leute. GG. Was war denn da los? Hier oben. Look. Lulu, komm runter. Komm runter, Lulu. Der scheint auch. Der scheint auch. Ja, raus. Die laufen in meine Richtung irgendwie besser. Aber leider nicht. Äh, ja. War irgendwie ein bisschen komisch. Wen hab ich ihn getötet? Mehr Baiten wie QQR von Lee Sin. Nee, du hast gut gebaitet. Mhm. Einfach down. Wem war einfach, weiß ich nicht. Dead hatte auch keine Ulti, glaub ich, oder? Doch, der hat vorher gemacht. Nee, glaub ich, ähm, gemacht, als Ivan reinkam. Ja, aber geil. Mach ihm ein Fight. Ja. Ja, das stimmt, ja. Krann konnte nichts machen. War wirklich nicht so klar. Ich werde einfach nicht ran hinzukommen. 60 Sekunden Ulti. Aber ich habe auch 60 Sekunden, Ivan. Also beide Seiten sind gewartet. Ja, okay. Ich hab auch Flash wieder ready. Ignite jetzt nicht ab. Ja, sollst nicht so viel traden, Junge, ne? Ja, ich merke das schon. Ich hab vergessen, dass die Lux ja auch over 9000 damage macht. Ja, geh base. Soll ich bot kommen? Ich geh nicht base, Mann. Ja, brutus. Ich hab in 10 Sekunden Ulti. Kann passen kommen, wenn ihr bald. Wenn man vorsichtig ist. Rein Binding. Binding ist GG. Mach mal einen Minion. Gut. Alter, ey. Die Range mit dem Q, Mann. Mach doch gegen Grönlich. Das ist einfach full life. Mach mal mit. Ich hab keine Ulti. Ja, okay. Ich bin jetzt auch mit da. Ich kann mich hochheilen. Das ist kein Problem. Wenn du Ulti hättest, würde ich ja sagen, wait. Aber pass auf. Jetzt hab ich Ulti beim nächsten. Wenn ich ihn hochgegehe, schreien. Oh, Alter. Ja, Mann, ey. Alter, Mann. Kein Sinn. Ich muss weg. Scheiße, du hast einfach zu viel damage. Na, er war einfach ungünstig, dachte ich mich vorhin mit dem Binding erwischt. Boah. Alter. Du hättest einfach nur fahren müssen. Ja, natürlich. Hätt ich einfach nur fahren müssen. Aber mein Greed war einfach zu hoch. Hat der noch Ulti gehabt oder war's un-Ulti? Ne, der hat nicht geultet vorher. Und die Ulti... Ich hab ja... Ich hab ja dann den, ähm... Den W geduncht. Der geht da unten. Langsam geht der... Aber ich mein... Weiß nicht. Ich mach trotzdem mehr Damage als der. Bin jetzt auch gleich da. Ich bin jetzt auch gleich da. War nicht so nice. Aber der Wendler farms schlecht. Der Herr ist da. Boah, der war Farmer. Wo der Fall, ja. Hol' ich mir vielleicht gleich noch. Es ist. Arni, kommst du runter oder? Tempo Space. Ich meine, ich hab zwar keinen... Keinen Flash, aber... Ich komm gleich mal runter. Fuck, Alter. Komm schon. Ähm... Alter, leg mich doch, ey. Wirklich. Der Damage ist doch wirklich abartig, Mann. Ich hab echt gedacht, wir können ihn ziehen, Mann. Easy. Alter, Kram bei dir ist aber auch Telefonzentrale, oder? Egal, den Blue Bar. Da ist noch ne Ruhe drinne. Ähm, ich mach kurz Wölfer. So. Wirst du ganken? Ob der weiß, was du da bist? Wir müssen da wegfahren. Warne hinter dir, ne? Was ist es? Ben ult, oder? Becker, komm, Becker, komm. Aufsetzung. Oh, der hat geflasht, Alter. Unruhig Barrier. GG, Mann, ey. Okay. Dann lass du gleich wieder Topline sein. Mit Likes oben, Laura? Hm, der parmt halt einfach so fett, ne? Ja gut, sind wir auch, oder? Ja, ist okay. Ich mach' den Geld mischen. 75 Gold gibt der nur noch. Toast. Kann ich wegfahren, aber ich kann noch nicht finden. Ach, hattest du nur einen? Ja, entschuldigung. Ja, ich hab' zwei noch. Hab' ich nicht gewusst, sorry. Ich glaube, die haben keinen Wart hier. Bleibt mal hier, die haben beide keine. Was haben wir noch mehr? Mal hier, lass' mal den hier machen. Wenn die hier was reinmachen, dann müssen wir die am Wart. Ich mach's hier. Ey, weiß nicht, ob ich da rüber kann. Die müssen... Ach, das ging mal, ja. Dann kannst du auch so machen. Ivan wurde da rein und wirft seine Lente nach gewissen. Ach, du Scheiße. Leck mich am Arsch. Warte, hier. Ne, das... Oh, nice, nice, nice. Old, old, old. Hat's kein Old? Ja, kein Old mehr. Fuck, hattest du genau durchgekickt. Also, Sekunden erst. Ivan, wie sieht's aus? Ne, was denn? Jetzt nichts mehr? Ja doch, ich will was machen, aber ich kann jetzt doch nichts machen. Da ist er eh geworden. Ja, die Lux hat keine Ulti, ne? Ne. Wenn es es ist. Der braucht 1700 Gold, eh. Ich muss doch... Ist doch nicht schlecht. Drake ist ab, lass' den Weg machen. Ja, mach. Ich muss sagen, das ist echt übel, wenn du vier Stacks auf dem Item hast nachher, ne? Der hat 800 Gold geshared, du hast. Das ist immer was. Der Weg hat einen sehr freier Platz. 800. Ja jetzt, ich will damage. Damage, 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 damage. Wir können nicht followern, Peric. Genfli, St ra. Schildboarden, schildboarden. Mach holt, mach holt, mach holt. Ja ich bin raus. Ja Peric, wir können nicht followern. Ich hab gedacht du hast noch deinen scheiß Q, aber ich hab nicht gedacht, dass du den direkt benutzt hast. Lass mich mal engagieren, ich sag Bescheide. Du hättest erst queuen sollen, nachdem ich auf den drauf war. Du hast bloß nicht engagiert, ist das? Ja die sind auch squishy as fuck, Alter, wirklich. Mach's oben hart, mach's oben hart. Chen ist nicht da, Red Spot. Ich will den Push of Duke umsehen. Ok, bekommst du Cranny. Ganz schön krach in der Mitte, ne? Mhm. Das ist nicht nach mir krass. Guck dir das an, das war ein Q. Ja, das war B, Q. Vorher Q. Hättest du auch Hextring gehofft. Ja, na klar. Aber zum Schluss meinte ich jetzt gerade. BfG, der töte dich instant. Ja, der Große, Ivan. Oh, on the run, on the run. Sprecher kommt bot lane. So, on the run. Gibt's so aus, würde ja bot lane kommen. Ja, wir haben halt. Geil, kurz top. Können wir hier gucken. Ist kein Ward. Oh ja, der ist da. Oh, ich kann gegen die Nick kommen, Alter. Let's, let's, let's. Wenn ich ulti hätte, würde ich rein ulten, aber. So töten sie mich einfach. Oh, der hat stun raus. Oh, lol, Alter. Warum läuft da denn nicht vorher aus, Mann? GG. 5 Sekunden bis heute. Der hat kein... Alter. Wir schaden den gemacht. Wtf, Alter. Wtf, Alter. Hey, hier den Lissens zu killen? Hier rein jetzt, hier rein. Ich komm mal, ich komm mal. Hier, hier komm. Der zweite. G-Boys. Hier ist Shen, hier ist Shen hinter dir. Wir warten jetzt hier. Ja, Parrygis, ne? Ja, Parrygis. Gut, schon. G-Boys. G-Boys. Hier, G-Boys. Komm, hier, hier, G-Boys. 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 Ja, G-Boys. Komm, hier, hier, G-Boys. Komm schon, Mann! Dieser Stun hält einfach eine Stunde. Kann doch nicht sein, Alter. Was ist das denn für ein Kack? Einfach ne Stunde auf dir, ey, dieser Drechsheld. Holy poop, ey. Das hat nervig. Holy poop. Ah, Gott im Himmel. Das war eigentlich so ein schöner Engage, ey. Ich würd mal sagen, OP-Trade. Komm mal runter. Lustig. Sind die low? Ja, beide low. Guck mal, ob du ein bisschen chasen kannst mit der Laterne. Ich komm, ich komm, ich komm. Hm, nice hook. Ethan ist mit lane. Ich glaub, die kommen bot lane, beide. Ey, ich hab die eigentlich so fertig gemacht, die Runden beide, ne? Der Lucien hatte, der konnte überhaupt nicht traden mit mir. Aber dann kam halt wieder dieser OP-Damage von der Lucien. War richtig krass GG dann. Ich geh mal weg. Oh, nice, ich bin da, ich bin da. Oh, schade, wenn er reingegangen wäre. Ich bin da. Oh, fuck. Oh, fuck. Das war's. Alle fünf Kills, die ich hab. Ivo noch zu fünf Assists. Vielleicht zieht ihr ja. Der Vega hat keine Ulti mehr. Ja, wir könnten eigentlich was machen. Aber ich hab halt nix. Ey, ich bin trotzdem gestunnt. Oh, fuck. Keine Ahnung. Kannst du den silencer? Ja, ja, ja. Mach das, hab ich gemacht. Nice. Gold drüber, gold drüber. Oh, guten Job, Alter. Wenn der Schengel kommen wär, hätten die uns geratet, ey. Sehr gut. GG, Mann. Ey, das war auf jeden Fall Kommunikation over 9000, ey. Ich hab gedacht, die wär hier. Ivan auf Mitte. Ivan? Hey. Du hast einen Shade von mir, ja. Alles klar, GG. GG, Alter. Ey, OP-Plays, Mann. Einfach nur OP-Plays. Der Blue von denen ist nicht gehabt, ne? Du weißt es nicht. Das war geil. Ah, das war richtig geil. 24-03 Strang, also nein. 24-03 Strang, also nein. Das war richtig geil. Ist halt so geil, ne? Wenn ich meinen Blind da reinkloppe, alter, der macht einfach null Damage mehr, ne? Ist einfach nur pretty much OP dann. Also, du bist nur eigentlich noch gestorben, Matthias. Bist du auch mit reingegangen? Nein, bei hinter euch. So, okay. Ja, gut, aber wie bist du gestorben? Ähm, Lustchen hab mich geklärt. Ja, können wir machen. Ja, können wir machen. Das ist ein Passivshot. Wer kommt der denn? Wer kommt der jetzt gleich, ne? Fang einfach mal an. Dennis, es ist. Ich weiß aber nicht, ob ich genug Damage habe. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob hier gewordert ist. Nee, ist wieder da. Ich komm mal gleich. Oh, Mann. Ey, lass, lass, lass sie, Mann. Vielleicht brauche ich Hilfe beim Dragon vielleicht? Ich kann mal, ich kann mal. Müssen wir in die Richtung rufen? Ja, ne, alles gut. Okay, so beim Dragon. Dragon ist dran. Ah, safe. Dragon ist dran. Hier. Hier, okay. Keine Ulti, erst in 15 Sekunden. Ja, ich weiß nicht. Mach lecker. Komm zu euch. Sup. Ah, duty. Hehe. Jetzt habe ich Ulti, jetzt habe ich Ulti. Jetzt können wir über die Wand gehen. Wenn die rauskommen, dann ulti ich rüber. Wenn die rauskommen, dann ulti ich rüber. Anfänger. He! Das war wahrscheinlich ein Ward hier. Auch kein Flash gerade. Ja, ich glaube nicht, dass die dann ein Ward haben. So wie der da steht, haben die noch ein Board hier Oh, du baitest da Ja, könnte ich auch versuchen Komm, ich versuch's mal Ich hab jetzt 7 Sekunden aus, halt der Anna Du kannst du töten, Mann 5, 4, halt, 4 Wo ist der 4, Mann? Wo rennt der denn hin? Ich hab in den 4, sondern er rennt einfach in den Tower rein, was ist das für ein Scheiß? Hey, rechts Weiger, Weiger, rechts Weiger Ah, okay, ich brauche Ja, hab ich He's out, Bro Ich hab hier oben Ah, Schiffelkirch He's out, geil Was auch worse, 1 für 3 Ja Bait, guter Lux, Bait Plutaler Damage, den er da gemacht hat Ja, ich hab schon Gerechnet Na, dass du, dass du viel Damage machst Ja, guck dir meine Items an Wir haben einen Tropfenpuls War ein bisschen fail, bin ein bisschen deep reingegangen Aber egal Blue is up, Blue is up, Parry Ah, zu den haben? Ja, kann ich haben, das wär nice Geh weg hierüber Oh, Toplin ist auch reingerissen, guck mal Nice Haben so viel Trouble unten gemacht Na, im Teamfight kann ich ja nicht wirklich was machen, deswegen muss ich pushen Und jetzt war ein Blue Jetzt alle hier was Und Ivan und jetzt? 45 hab ich das Ulti Oh shit Oh Gott Ivan, renn einfach Renn, renn, renn Renn, renn, renn Was ist noch zu der Tatana? GG GG, Alter OP Placement Flash Lantern in your face Flash Lantern in your face So, warte, was hast du jetzt Laura? Wurste nicht, was ich jetzt nächstes kaufen soll Ich hab einfach mal Richtung Support Item gekauft Das kommt immer gut Hey, du kannst dann ein bisschen Ja, du kannst hier auch Nee, jetzt eigentlich aus dem kannst du nicht viel bauen Shireyas kannst du rausbauen, das wäre okay Was war das denn, oder? Das gibt's nicht mehr Achso, dann würde ich das verkaufen Oder du baust Oder du baust Oder du baust Geistessicht raus Geistessicht Geistessicht Geistessicht, okay Okidoki Bist du Tanki, das kannst du noch nutzen So, was kann ich jetzt bauen, ja Wer kann ich mal reinulten, Kai? Weiß nicht, ich hab Ulti Oh, ich fiel ihn einfach Oh, ich fiel ihn einfach Oh, ich fiel ihn einfach Da fuck Ick baue Feuerprobe, ist wirklich nice Jetzt sterb ich Ah, war nicht Worf Da hat mich der Scherb Was war es denn Feuerprobe gebaut? Oh krach Seat, Onage Sehr gut, Seat Feuerprobe wird glaube ich aus Dings gebaut Ja, Magic-Ready, Alter. Chalice of Harmony. Ich hab das jetzt, Peric. Also wenn du gestunnt bist, GG. Ja, Torn vor allen Dingen, EOP. Torn oder Stunt vom Beigard, ne? Na, es geht ja auch. Also auch gut gegen Ignite. Ja, da bin ich zu greedy reingerannt. Bist du allgemein, du bist greedy, ne? Ja, mit Quinn muss man so ne Spielweise am Tag legen. Der Champion macht einfach nur im Early- und Mid-Game richtig viel Damage. Im Late-Game macht der Lucien, glaub ich, mehr als ich. Ich mein, gut, ich bin 12-3, das ist egal, aber... Komma, Junge, ich komme. Du bist DotaCamp. Komma, Junge, okay, du bist. Eine Sekunde später. Face of the Mountain, Lockheed und Mikails. Boah, GG, Alter. Ivan, das ist auf jeden Fall OP, Alter. Da bin ich eigentlich unzerstörbar. Wenn du mir alle Items gibst, ey, dann bin ich echt tanky wie ein Boss. Oh, Weiger of Doom, Weiger of Doom. Ich bin tot. Oh, Weiger of Doom. Ich bin, ich bin... Ich bin... Loll, das ist einfach der Crap an dieser Ulti. Wirklich. Oh, Weiger of Doom. Aber konsekant, das sind wir weg. Das war aber lustig trotzdem. Wenn der Sohn erst machen könnte, hätte er auch nicht mehr gemacht. 15. 15 hab ich Ulti. Der Weiger macht einfach schon zu viel Damage brauche jetzt. Naja, so. Oh, GG, Ivan. Ach der Tod. Na ja, gut. Ich wollte jetzt nicht engage'n. Ich hätte eh nicht engage'n können. Wenn ich auf mich die Feuerprobe mache, dann ist das... Feuerprobe heißt das auf Deutsch? Geil. Ah, der hat der Damage von dem Typen, Alter. Na ja, das war total Fail, war das. Na klar war das Fail von ihm, aber... Nice. Feuerprobe jetzt auch von Quindex aus, jetzt man kann. Der Ton. Na ja, das war jetzt total unkoordiniert, ey. Da ist immer noch alles ausreich'n. Ja, das war der Fahrer Fail. Nein. Ja. Waxi, oder? Ben steht hier unten. Hier. Mia, Tower. Wer eng ist ab? Ich wollte auch mal einen Twinger machen. Mich haben auf jeden Fall die Items von dir aufm Leben gehalten, ey, Ivan. Die waren echt nicht schlecht. Ivan, upgrade mal deinen Token für den großen Ding. Nein. Dein Geld. Oh Gott, ist's. Ich bin auch happy fail, dass es Geld kostet, oder? Nee, find ich nicht. Also, das, was du dafür bekommst, ist wirklich schon OP. Was? Vor allen Dingen bei dem Greater Lens Item. Wenn du das upgradest, kriegst du einfach ein Oracle geschenkt. Mit 10 Sekunden. Ja, das ist aber geil. Mehr brauchst du auch nicht. Mitfällt. Teamfight einfach. Oder? Ja, ich muss mal back, Ivan. Ich hab zwei, sechs Gold, ja. Du gehst jetzt GA. Wie bitte? Toll. Ich bin gehört auf der Lane. Sorry, aber ich hol mir jetzt GA. PG, Alter. Du gehst einfach ein Finish Build. WTF? Was hast du gesagt, Matthias? Dein Build ist jetzt ein Finish. Ja. Oder? Ja. Eigentlich schon, ja. Aber mega scheiße gefarmt, ja. Dafür, dass ich so ahead war auf der Lane. Oh, die sind alle hier, die Jungs. Mega nice gefarmt. Fällt mir grad auf. Aber man darf auch nicht vergessen, Ivan hat ja auch viele Last Sits. Guck mal Lux-Item an. Okay. Er ist grad Richtung Baron. Hat ein Lux. Ah, ist schon ziemlich heiß eigentlich. Wer ist Richtung Baron? Er ist in Richtung Baron gewesen. Ich wär auch nicht mit rübergekommen, glaub ich. Nee, ich wär fail. Wär ich auch nicht hingegangen. Meinst du, wie viele es gibt, die da trotzdem rüberhüpfen? Weil die denken, oh, ich hab einen am Haken. GG. Dann ist es wirklich GG. GG. Gewordet. Ja, hat alles gewordet. Wo ist gewordet? Kann man sagen, wo gewordet ist? Hier. Ivan hat vier Stacks. Oh, wir haben... Oh, wir haben... Mmmh... Oh, cut. Läuter, pass auf. Läuter, pass auf. Läuter, Läuter, Läuter. Läuter, Läuter, Läuter. Er ist gefeiert, er ist gefeiert. Und ich bin ein Stun. Oh Gott. Oh Gott, ich sterbe am Ignite. Oh, ich kann meinen Sonnen nicht mehr pressen. Fuck it. Oh, ich kann nicht heranspringen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Aber pretty much OP, dass ich einfach GA schon hatte. Ey, das muss ich noch lernen, ey. Ich hab so viele Active Items, Alter. Das ist auch schwer. Das ist auch echt nicht so einfach zu benutzen, alles. Im Teamfight ist das sowieso total. Ja, das ist so richtig timed zu benutzen, dass das auch Sinn macht. Das ist dann wirklich nicht so einfach. Hier, das ist so. Das ist einfach mal ein Schild, hier. Ja, das vor allem der Platz auch noch macht damage, ne? Ja, nun hat doch alles richtig gemacht. Gibt's doch gar nicht, oder? Einfach mal nicht gefeiert. Ist doch nice alles. Das war doch so ein geiler Play, ey. Ich bin sehr dankbar für Ivan und seine Angaben hier einfach. Dulu ist OP. Ja, Dulu kennt euch. Flash Q hat die gerade gemacht? Ernsthaft? Wird er das machen jetzt? Wird er mich ansprengen, aber Slash mich kaputt? Barron? Ja, muss Barron machen. Ich kann ihn tanken, easy. Barrik? Okay, von mir aus. Halt die Botlan. Nein. Wir sind drei. Mach mal nicht viel Schaden hinten. Hier. Ja. Ich bin einfach weg, darfst du noch Barron. Schaffst du's? Schaffst du nicht? War noch ein Guardian. Ja, schaffst du, deswegen greif ich gerade nicht. Ja, genau deswegen. Hier, die alle. What the fuck? Ja. Oh nein, nicht Weigern. Nicht Weigern. Nicht Weigern. Nein. Barron Buff Gun. Instant. Kannst nichts genannten Stunnen. So. QSS OP. Sieh mal meine Items an als Dings. Ja, oh scheiße. QSS-Uns. Nein, dann ist Weiger einfach so useless. Weil du einfach... Du triffst die ganze Kombo nicht mehr, sobald du QSS hast. Ich glaube, die Olde hätte auch gereicht von ihm. Na gut, du hast viel IP, ne? Ich hab kein Problem. Achso, ich hab gerade einen von dem Stop. Ich hab einfach, ich hab einfach Sunfire. Ja, als Support. Das ist unser Tank, Ivan, ne? Hä? Das ist unser Tank. Ach, scheiß drauf. Perk, du gehst aus außerhalb meiner Range. Das ist keine Kommunikation. Ich hätte dir sofort Trial Probe geben können. Weißt du was? Da sag ich gar nichts zu, Ivan. Jaaa. Einfach nur in your face, Alter. Das sind die bisschen Loops sind. Das sind einfach nur Loops. Ne, weil ich einfach gefeedet bin wie ein Boss. Ja, aber das waren einfach nur Noobs. Du hast gestunnt und ich steh' trotzdem noch in der Nähe. Aber normal wäre das, wenn ich jetzt bei dir gewesen wäre und du machst Ulti, dann kann ich sofort dich glänzen und dann wäre es GG gewesen. Aber so ist scheiße. Da flamet der, flamet der Ivan erstmal. Das ist ja wichtig, da ist kein Flame. Das ist ja wirklich wichtig so. Keine Zellseile. Oh, GG. Ich hab mich selbst reingehauen. Die Parryera eben auch noch am Lied steht. GG, ausgewichen, danke, Boss. Ich fahr' mal erstmal ein bisschen. Wollt, Alter, der… Wollt, Alter, der… Ist ja, wenn der… wenn diese Fee auf mir drauf ist, ist auch richtig OP, also echt. Hier ist auch Doom. Boah! Selbst mich füsstet der Veiger instant weg. Na ja. GG. Der Veiger hat jetzt Dennis gemacht, Alter. Richtig krank.